Auf der Reeperbahn heute ab halb neun musst du Rotlichtberung mal sein was ein geiler Kick und ein wilder Ritt auf der Reeperbahn heute ab halb neun wer noch niemals in Lauschigern lacht einen Dreier auf Pauli gemacht ist ein armer Wicht, denn er kennt es nicht das St. Pauli-Auswärtssieg-Gefühl das St. Pauli-Auswärtssieg das St. Pauli-Auswärtssieg das St. Pauli-Auswärtssieg Wir haben eingeschränkt das St. Pauli-Auswärtssieg